halli hallo wie geht es denn so ich bin es wieder ritter rost ohne hosen wie man sieht na ja schon mit hosen aber mit irgendwelchen fetzen und wie man hört einem kompanien wir haben uns gedacht weiter zu spielen warum habe ich vergessen keine ahnung erzähl doch mal haben wir eine lösung dafür gefunden oder oder na ja gegen invasoren meine ich du wolltest dir diese rechte kommen stimmt ja und zwar gibt es hier in diesem spiel eide das sind so was wie irgendwelche ausrufbaren passiv gegenstände die dich hier so ist wie eine art rolle geben es gibt da immer solche eide die dich blau machen du bist dann so was wie ein beschützer geist oder polizeigeist wenn du invasiert wirst kommen blaue geister also phantome und helden ja ja okay und ja diesen habe ich vor zu holen dann hole ich ihn mal also in gelb meine ich nein das ist nein ich wollte mich nicht hinsetzen hoch symbol ach du ach du ach du ach du was bist du bist du so eine ringgeist oder 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 was phantom ja er ist ein gelbes phantom das heißt er hat so ein eid des sonnenkriegers oder so phantom wird beschworen kann täglich mein schwertig weg stecken nein so wo ist er hin kommt das symbol kommt da kommst du was wie war es wie wie moment bist du eine frau auf jeden fall der echt krasse rüstung moment darf sich anschauen wenn man warst du nicht letztens normal fahrten oder warst du da auch schon geld also okay aber vor allem ist mit die klinge was ist das oder das schild ist das silber das ist für mein ring oh du bist ja oh wie schick du bist ja blau und so und und oh wie schick du siehst du bissel aus wie in der ringgeist von meiner frau ist die klinge blutrot klinge also das ist das gruschwert des schwarzen ritter es gibt einen schwarzen ritter okay also ja ja ich habe die rüffung vor dem zeigen okay also erstmal frohes neues wir haben uns entschieden weiter zu spielen wie schon gesagt ich habe vor diesen blauen einzubekommen damit wir wenn angegriffen werden halt mehr also mehr unsere rohe haben ja das glaube ich gern mal ernsthaft ich hatte da ich mich hier bei 95,6 belastung alter oh je die diese kladung der tänzerin ist recht leicht kladung der tänzerin ja ich weiß ich kann was dann sein wenn du willst nehmen lilano denn nein 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 oh hier ist ein geist hier ist so nackischer geist bei mir ich kann ja ich weiß nicht da hinten waren wir schon haben wir ja alles geholt stimmt hier wir waren da hinten verrückt naja da da das drachenatem ne du hast mich praktischerweise in den tod erschicked muss Ich bin nicht verstanden, mache ich keine Ahnung, mache ich keine Ahnung. Keine Ahnung, warte mal. Oh Gott, das ist so fertig. Oh Gott, nein, ich mache keine Ahnung. Jetzt. Ich mache keine Ahnung. Könnte man nicht irgendwie hier Rückenstecher machen? Was? Tatsache. Voll cool. Oh, wer bist'n du? Ach, okay, ich habe gerade kurz die Lebensbalken verwechselt. Und wir lassen uns den Rest ja auch töten. Unschuld gibt's hier nicht. Und... Popo-Stecher. Das ist der wirkliche Popo-Stecher. Oh. So, mal gucken, ob es hier... Ach, Moment, kann es sein, dass ich beim letzten Mal auch meine Seelen verloren habe? Da ist ein roter Geist. Ja. Oh, Moment, ist die nackig? Moment, Moment, ich brauche die Views, das hier ran. Moment, das ist ein NPC, oder? Nein. Das ist ein Spieler? Ja. Ach du Scheiße, auf ihn. Vergiss die Views. Oh, Scheiße. Ähm... Ich glaube, ich... Wir haben was vergessen hier, ne? Der hat nicht ge... Warum? Ah, echt jetzt? Was? 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 Echt? Ah... Und hallo nochmal, da sind wir wieder. Nach einer kurzen Unterbrechungspause. Ähm... Ja, die Mechaniken... muss ich noch lernen. Ja... Ich habe die Clou zurückgeholt. Es sind jetzt so ein paar mehrere. Ich habe keine Ahnung warum. Ähm... Vorhin hat der Drache welche getötet. Durch das Gitter. Mit dem Flammenatem. Ja, okay. Ähm... Ja. Dark Souls Premo kommt. Ähm... Jetzt kann ich natürlich nicht mehr herausfinden, ob ich... Äh... Die Serien von vorhin, vom letzten Mal, als ich aufgehört habe, kurzzeitig... Ähm... Ob ich die noch hätte wiederbekommen können. Jaaa... Hallo Juhu. Hallo. Ey... Du bist gelb. Ja. Achja, hast du ihn erledigt oder sie? Keine Ahnung. Der Phantom hat dich erledigt. Oh. Das heißt... Okay. Äh... Ach, die Leichen liegen ja noch. Oh. Du hast ihn doch getötet. Oh, ich habe mich nicht vorher wieder ins Feuer gesetzt. Oh. Naja, okay. Auch gut. Ah, gefällt mir, ähm... Nichts, äh... Segelding. Könnte, oder? Also, es geht da runter, ne? Achja, ähm... Erstmal... Asche. Äh... Knut. Hm... Ich sollte übrigens dann später in der Aufnahme nachschauen, ob die... Die, die, ähm... Die Nachricht eigentlich kam, dass ich inversiert werde, oder ob ich sie... Inversiert. Ja. Oh, war das schon immer in Sack? Okay. Okay. Ja, auf. Du sollst vielleicht die Treppe runterklettern. Das ist eine Leiter, aber okay. Ich steige die Leiter hinab. Während ich die Treppe runtergehe. Nein! Ach verdammt! Klettere! Das war's! Ähm... Ich habe eine andere Waffe ausgeholt. Ach komm, die Leute in so einer Nacktschaffungbereitypik. Ah ja, das... Sag mal! Ja... Den tragen kann man 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 ja... Ich dachte, das konnte man... Aber ob ich stark genug bin... Ach so... Ich habe keine Ahnung... Ich habe ihn getroffen... Ich habe ihn getroffen... Und? Ich wollte nur einschauen... Gott, bin ich wach! Oh, da liegen Seelen! Ja! Womit... Lass uns warten! Warte, wo liegen Seelen? Äh, keine Ahnung... Da liegt irgendwo eine Kugel... Ich glaube, der hat den Gegner gedruckt... Baaaaaaam... Baaaaam... Baaaaam... Wir müssen noch da lang, oder? Gooooooood... Ja! Das Kramer bist du nicht! Kleine Titanitschabe, juhu! Oh, aber das ist knapp! Äh, Kramer? Äh... Kramer... Nein, ich nehme mein... Normales Schwert genau! Okay... Warst du schon hier? Nein, ich bin doch verreckt! Oh! Gib das mal! Ja, lass mich... Ich habe ihn ins Rücken gestochen. Juhu, Teamwork. Er hat eine schicke Rücken. Ach, da ist ja noch einer. Okay, verbal. Das ist ein Phantom. Was hat er denn hier? Oh Gott, ich habe verfehlt. Da ist ja noch einer. Sag mal, wieso übersehe ich dir alle? Du kannst ihn, sagst nicht. Ah, Moment, da lebt er noch. Gut, da lebt er halt keine Rückenstecher. So, was hat denn hier? Ich bin extrem schwach. Warum? Weil ich auf deinem Level runtergestockt bin. Und du bist extrem schwach. Öffnen? Ich kann hier öffnen, soll ich öffnen? Was? Kannst du es öffnen? Lass dich von dieser Seite nicht öffnen. Toll. Soll ich dir was sagen? Was denn? Ich denke, es ist da jemand. Was? Wo? Ah. Äh. Okay, warst du schon beim Bronfire hier? War noch nicht hier weiter. Okay. Hab ich doch gesagt. Ich bin doch verreckt. Oha. Hier hoch. Was? 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 Komm hier hoch. Ja Moment, da ist ein Leichnam auf dem Brett. Komm erstmal hier hoch. Okay. Okay. Udo, kannst du eigentlich Leichtfeuer als Simbel? Multiplayer? Ging das? Äh, gute Frage. Na ja, kann ich. Soll ich? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ich bin hier voraus. Ja, 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 ja. Aber benutzen kann ich es nicht. Okay, was steht hier? Ah, Leichtfeuer. Okay. Und hier? Leichtfeuer voraus. Ja, nee. Ist es klar. Ach was. Leicht da voraus. Hä? Ich sehe schon mal mehr Nachrichten. Was? Oh, hier liegt ja was. Da ist dieser Leichtfeuer. Was? Was? Ich weiß nicht irgendwie. Komische Bäume. Hey, what? War da? Hat er diesen Geräusch gemacht? Arapas, auf den Drachen kann auch hier ... Wenn du den Drachen ... 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 Wenn er die Nacko macht, dann kann er auch hierher... Moment, wenn er hierher dann Feuerspuckt, können wir dann nicht runter gehen und dann auf seine Seite? Nee, weil wir kommen nicht da hoch, wir müssen ihn mit dem Feuil, mit dem Feuernbogen... Ach so, er versperrt den Weg! Ja, naja, also erstmal... Schammer! Ja, ich sehe! Sie ist den Typen? Ja! Hey, das wollte ich machen! Hm, jetzt ging der Krankbomben, wir drei Stück! Und jetzt? Ja, ich komme mit der Treppe, ich kann das jetzt nicht mal machen! Ich komme mit der Treppe, gut gedeutscht! Okay, äh... Ach, ich hätte mir einen Timer setzen sollen! Na gut, jetzt muss ich hier eine Aufnahmesecht machen und die Dinger dann alles schneiden! Halt von... Jetzt? Ach, ja, 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 ne, okay, alles gut! Alter, was zum Teufel! Ach so, das ist so ein großer Typ, okay! Ähm, ah, da ist... Moment, hier ist... jemand! Etwas! Ist da noch was? Nein! Oha! Ja! Eine Umsatz!